Hi und herzlich willkommen zu unserem ersten Wissens-Quickie zum Thema Endlich Nichtraucher. Worum geht's? Na klar, um die Zigarette. Die Zigarette ist immer noch relativ beliebt, obwohl sich ihr Image in den letzten Jahren drastisch verändert hat. So ist es zum Beispiel so, dass die Zigarette nicht mehr ohne weiteres beworben werden darf. Kinowerbung, so wie wir das früher kannten, ist zum Beispiel inzwischen verboten. Trotzdem ist die Zigarette immer noch relativ weit verbreitet. Circa 18 Milliarden Zigaretten werden jährlich geraucht. Das entspricht ungefähr einem Geschäftsvolumen von 713 Milliarden US-Dollar. Und das auf Kosten der Raucher. Immer noch circa eine Milliarde Menschen rauchen und ungefähr die Hälfte stirbt daran. Ungefähr 8 Millionen pro Jahr und von diesen 8 Millionen circa 7,4 Millionen als aktive Raucher und immerhin 0,6 Millionen als Passivraucher. All das sind Fakten, die nicht unbedingt dafür sprechen, der Zigarette weiter so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und möglicherweise sind es Informationen, die dich dazu bewegen, dem Ganzen für dich persönlich in Zukunft einen Riegel vorzuschieben.